So, und wir haben hier zuletzt mit unserem Vater geredet und damit ein herzliches Willkommen wieder bei Depumia. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 1. Geheimtüren in Bücherregalen Volume 2. Puh, diese Bibliothek ist die reinste Platzverschwendung. Als echter Gentleman lese ich viel. Als echter Bla-Bla-Bla-Bla-Bla. Das ändert nichts daran, dass das Regal groß und hässlich ist. Außerdem ist es hier viel zu dunkel zum Lesen. Hm, das stimmt wohl. Ich sollte mir bei Gelegenheit einen neuen Kristallkronleuchter leisten. Aber vorerst werden es wohl auch ein paar Kerzen tun. Ich brauche Kerzen. So. Hier, Rufus, sei so gut und bring dieses Memo zum bediensteten Briefkasten. Tja, für wen hält er sich? Für mein... Egal. Ich bin auf jeden Fall nicht sein Laufbursche. Hm, das hier springt ins Auge. Geheimtüren in Bücherregalen für Dummies. Ziehen Sie an dem Buch mit dem Titel Hier ziehen für Geheimtür. Na, wer hätte das gedacht? Ja, wer hätte das gedacht? Hier ist nirgendwo... Oh, ein Goldfischblas. Von wegen Luxusvilla. Hier haben sich sogar schon Parasiten eingenistet. Das ist mein Aquarium. Ich sammle seltene Zierfische. Selten dämliche vielleicht. Und mickrig sind sie auch noch. Hm. Ich müsste sie tatsächlich mal wieder füttern. Ich brauche Brotkrummen. Brotkrummen. So. Oh, oh, oh. Äh, ja. Hier ziehen für Geheimtür. Gar kein schlechter Titel für ein Buch. Okay. Was ist das? Doch nicht etwa ein Flusensieb? Ich habe eigentlich keine Beziehung zu Putzwerkzeugen. Andererseits mag ich kleine technische Gadgets, die mehr Lärm machen als nötig. Hm. Ja, wieso denn nicht, ne? Wie wäre es, wenn wir mal... Hier den Stopp... Ich tue das nicht, um hier sauber zu machen, sondern um die Saugleistung des Handstaubsaugers zu testen. Magere Ausbeute. Von solchen Flusen habe ich genug in meinem Mantel. Zum Ausguck. Öse. Was für ein bescheuertes Wort. Öse. Willkommen beim Flagomat. Für Halbmast hier menschliche Asche einfüllen. Praktisch. Ja, praktisch. Das hier ist der höchste Punkt der Insel. Und was machen sie daraus? Sie stellen ihren schlechten Modegeschmack zur Schau. Ich würde locker rankommen. Aber solange sie mir nicht wenigstens ein bisschen entgegenkommt, sehe ich das gar nicht ein. Genau, genau. Also, wieso sich unnötig anstrengen, ne? So. Bellevue. Da haben wir nichts mehr. Okay. Glatzmatz lassen wir lieber Ruhe. Der wirft uns eh sonst wieder runter. Hey! Finger weg! Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probiere es mal mit Lachen. Hehehe. Ach ja, gute Entscheidung. Das ist so erbärmlich. Ich weiß nicht, ob ich lachen oder weinen soll. Ich probiere es mal mit Lachen. Hehehe. Hehehe. Ach ja, gute Entscheidung. Hey! Okay, er regt sich also auf bei jeder Sache, die wir nehmen wollen. Geht zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Wenn man nicht ganz dicht ist, muss man eben dichter werden. Klopf, klopf. Hm, was bist du denn für einer? Man nennt mich Rufus. Ich heiße Crane. Aber alle hier nennen mich nur den Dichter. Wer nennt dich so? Ich höre das zum ersten Mal. Wahrscheinlich verkehrst du in den falschen Kreisen. Wenn du damit die Kreise außerhalb deines Egos meinst, dann ja. Die meine ich. Deine Wohnung kommt mir sehr spartanisch vor. Ich habe alles, was ich brauche. Außer einem Innenausstatter. Kennst du Käpt'n Seagull? Du meinst den Idioten, der in der Villa über mir wohnt? Hör auf mit dem! Pass auf, was du sagst. Seagull ist mein Vater. Tja, der Apfel fällt nicht weit vom Stamm. Aber du musst schon zugeben, dass Käpt'n Seagull einen lässigen Lebensstil hat. Ha, alles materieller Schnickschnack. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Wie war das gleich? Du brauchst nichts von dem, was Käpt'n Seagull braucht? So ist es. Hm. Kann ich mir ein paar von deinen Sachen ausborgen? Nein. Wenn du jemanden suchst, der zu viel Krams hat, dann geh zu Seagull. Ich habe ausschließlich Sachen, die ich wirklich brauche. Ähm. Du bist echt eine arme Sau. Aber reich im Geist. Das ist doch dasselbe. Der Organon plant, Deponia zu sprengen. Ha, typisch. Die da oben machen doch, was sie wollen. Hast du mir zugehört? Sie wollen Deponia sprengen. Niemand wird das überleben. Willst du nicht irgendwas dagegen unternehmen? Aber doch. Ich werde ein zynisches Gedicht schreiben. Ich nenne es Sie halten sich für etwas Besseres. Und dieses Gedicht soll dann die Massen zum Widerstand aufwiegeln? Aber nicht doch. Die Massen sind viel zu blöd für meine intellektuellen Höhenflüge. Okay. Okay. Mach's gut. Genau. Lass mich allein. So. Er will also... Ich brauche Brot. Was ist das? Eine Nachricht vom Käpt'n Hochwohl geboren? Die kannst du gerne behalten. Ich brauche nichts von dem Zeug, das er hat. Na, dann dürfte dich diese Nachricht umso mehr interessieren. Was? Zeig mal. Ich brauche Brot. Verdammt. Er braucht Brot. Ich lese es, ja. Und du hast Brot. Ja. Aber ich... Na? Ich brauche sowas nicht. Nimm es ruhig, wenn du es haben willst. Ha, ha. Worauf du einen lassen kannst. So, dann nehmen wir das Brot mit. Und was war da? Ich brauche Kerzen. Ich habe hier noch ein Memo von Siegall. Oh je. Mir schwant Übles. Ich brauche Kerzen? Tja, dann brauche ich sie wohl nicht mehr, was? Na los. Bedien dich. Sehr gut. Jetzt... Wir müssen einfach nur unseren Vater dazu kriegen, für alles, was er hat, eine Nachricht schreiben. Und wir packen alles ein, ne? Das gefällt mir gut. Das gefällt mir gut. Glatzmatz. Wir lassen Glatzmatz in Ruhe. Nein, nicht ins Siegalls Haus. So, auf die linke Seite wieder rüber. Und dann gehen wir in den Bereich, wo wir noch nicht waren. Ich würde sagen, da ist das Restaurant, wo unser Vater uns hingeschickt hat. Was für ein hässliches Nest. Das muss zu einem extrem hässlichen Vogel gehören. Die große Schnabeltier-Fibel, dritte Auflage. Finger weg. Die Fibel ist nur für Mitglieder des Schnabeltierclubs. Auch wenn sich alles in mir sträubt, diese Frage zu stellen, wie kann ich gleich Mitglied im Schnabeltierclub werden? Ganz einfach. Ich habe Probemitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Was mal wieder beweist, dass Glück ein sehr subjektiver Begriff ist. Ja, genau. Schnabeltier, Schnabeltier, ich wünschte, ich wäre heut bei dir. Sehr schöne Großkarten. Ich fach Idioten auch verabscheue. Der Hut ist irgendwie lässig. Willkommen im Schnabeltier-Paradies. Was kann ich schnabelhaftes für Sie tun? Was zum Kuckuck ist denn das hier bloß für ein Laden? Es ist ein Souveniersshop. Wir haben alles, was das Touristenherz bekehrt. Schnabeltier-Großkarten, Schnabeltier-Pralinen, Schnabeltier-Mützen, Schnabeltier-Rückenkratzer, Schnabeltier-Schmuck, kleine Schnabeltier-Repliken für den Kamin, Schnabel-Kuscheltiere, T-Shirts mit lustigen Schnabeltiersprüchen und Musik-Datasetten mit Schnabeltier-Lauten. Tja, da bleibt kein Wunsch offen. Kann es sein, dass du Schnabeltiere magst? Sieht so aus, hm? Schnabeltiere sind meine Lebensgrundlage. Wenn man weiß, wo man sie findet, kann man ein kleines Vermögen verdienen. Indem man Rückenkratzer an Touristen verkauft? Ha, du hast ja keine Ahnung. Aber ich beliefere zum Beispiel auch das Schnabeltier-Restaurant. Und außerdem bin ich Buchhalter für Schnabeltier-Kampfwetten und Leiter des Schnabeltier-Clubs. Schnabeltiere sind sogar die Inspiration für meine Poesie. Du schreibst Schnabeltier-Gedichte? Ja, hauptsächlich für Grußkarten. Sie werden aber auch wöchentlich in der Schnabeltier-Daily abgedruckt. Hast du auch irgendwas, das nicht aus Schnabeltieren gemacht ist? Naja, die Schnabeltier-Statuen sind aus Thron. Aber ich benutze Schnabeltier-Wachs für die Lackierung. Was sind das für Grußkarten? Das ist Poesie. Schnabeltier-Poesie. Okay. Also, wenn du mal Zeit hast, musst du mir unbedingt mal was von deiner Dichtkunst vortragen. Na, dann schnall dich mal an. Hier kommt jetzt der Klassiker. Hm, hm. Ich bin hier. Du bist hier. Schnabeltier. Wow. Ich fühl mich auf einmal so... Erleuchtet? Rein? Bewegt? Dank. Du belieferst auch das Schnabeltier-Restaurant? Ja, man kann viele leckere Gerichte aus Schnabeltieren machen. Und wenn es mal einen Engpass gibt? Oh, das wäre eine Katastrophe. Das Restaurant müsste seine Karte komplett umstellen. Aber so weit wird es nie kommen. Auf dem schwimmenden Schwarzmarkt gibt es überall unbewachte Nester. Was meinst du mit unbewachte Nester? In jeder Generation gibt es ein ganz besonders böses Schnabeltier, das das Nest des Rudels bewacht. Was können die schon groß machen? Nach deinen Fingern schnappen? Ich sag's dir. Das sind richtige Biester. Beißen die sich etwa auch durch Handschuhe? Und Suspensorien. Wenn du dich für Nestwächter interessierst, Clubmitglieder können alles Wissenswerte über sie in der Schnabeltier-Fibel nachlesen. Äh, juhu. Ja, super. Was hat es mit diesem Schnabeltier-Club auf sich? Das ist eine tolle Sache. Als Mitglied bekommt man immer brandheiße Informationen aus der Welt des Schnabeltiers Freihaus. Man erfährt als Erster alles über das Wunder der Schnabeltiere. Wow. Und kennt schon vor Wintereinbruch die Routen der Schnabeltierwanderung. Außerdem wachsen einen Federn an Pürzel. Schnabeltiere haben weder Federn noch Pürzel. Als Clubmitglied wüsstest du sowas. Jedes Mitglied bekommt bei Eintritt die neueste Ausgabe der Schnabeltier-Fibel. Ich habe Probe-Mitgliedsausweise in den Glückskeksen des Restaurants versteckt. Mit etwas Hilfe von Fortuna kannst selbst du in den engeren Kreis der Schnabeltier-Familie aufgenommen werden. Wenn Fortuna sich wirklich mit so einem Mist beschäftigt, erklärt das meine Pechsträhne in letzter Zeit. Was kannst du mir noch alles über Schnabeltiere erzählen? Eine Menge. Aber das würde den ganzen Tag dauern. Und das will niemand. Wenn du Mitglied im Schnabeltier-Club wärst, würdest du von mir die Schnabeltier-Fibel bekommen. Da könntest du dann alles selber nachschlagen. Ach ja, das Leben könnte so schön sein. Genau. See you later, Alligator. See you later, Alligator. Hell yeah, Schnabeltier! Hier gibt es scheinbar nur Gerichte, die aus Schnabeltieren zubereitet sind. Das wird Lady Gowl gar nicht gefallen. Nein, nein. Ich würde gerne etwas zum Mitnehmen bestellen. Aber gerne doch. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Oh mein Gott. Wie, der Glückskäse kostet auch was? Ja. Ach ja. Ich verstehe es gerade nicht, ne? Es ist so. Das zu einem Getränk. Ach, das... Das reicht wieder nicht, ne? So, das machen wir so. So. Okay, okay, wir versuchen das Ganze jetzt nochmal. So, das machen wir so. Dann machen wir das so. Ich hasse das, ne? Ich weiß nicht, dass der immer wieder da hochgeht. So. 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 Das kann doch nicht sein. So. Einmal klein. Ein Burger zu einem Getränk. Das Getränk einmal klein. Das Getränk einmal klein. Das Getränk einmal klein. Das Getränk einmal klein. So. 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 funktionieren. Okay, ich muss besser aufpassen, was ich hier mach. So. Ich trottel. Jetzt haben wir ein Burger. Äh, alle beide Burger. Wieder groß. Jetzt haben wir ein Getränk. Ist das Ihre Bestellung? Ja. Gut. Das macht dann Neue Slotty. Da geb ich doch extra Trinkgeld. Sagen wir 30 Prozent. Zu großzügig. Der Rest ist für Sie. So. Dafür, dass Crane angeblich nur das Nötigste besitzt, ist sein Kram doch arg unnütz. Hat mir doch gleich gedacht, dass er nur angeben wollte. Bin mal gespannt, ob mir mein sprichwörtliches Bastlerglück die Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub geangelt hat. Ja, ich auch. Ich auch. Das größte Glück ist, andere Lächeln zu sehen. Verdammt, schon wieder eine Niete. Einen Augenblick, bitte. Bin sofort bei Ihnen. Oh, großer allmächtiger Mekturu. Dein treuer Diener hat ein neues Opfer für dich gefunden. Ja. 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 Eigentlich ganz nett hier. Ja. Fände ich auch. Da bin ich endlich. Entschuldigen Sie, dass es etwas gedauert hat. Kein Problem. Was kann ich denn für Sie tun? Was haben Sie denn so im Angebot? Nun, für das Restaurant gilt die Abendkarte. Hier am Takeaway-Schalter servieren wir hauptsächlich Schnabeltierburger. Ich hoffe, die sind nicht zu fettig. Ich will ja nicht meinen Astralkörper ruinieren. Genau. Da werde ich lieber noch einmal nachfragen. Oh, großer weiser Mektullo. Das Opferfrat offenbar der Glückwunsch. Ravalec Cha. Ravalec Kam Cha. Kurur Hohenhaltung. Ah, ja. Unsere Geschäftsführung möchte Ihnen versichern, dass wir für unsere Produkte ausschließlich die besten Zutaten verwenden und die wertvollen Vitamine stammen allesamt aus freilaufenden Salatblättern. Suchen Sie sich einfach etwas vom Menüplan aus. Sie können aus drei Menüs wählen. Außerdem können Sie Ihre Auswahl noch verändern. Es steht alles auf dem Plan. Das klingt sehr gut. Romantisch haben Sie es hier. Finden Sie? Und ob? Die Aussicht, die Altstadt, fehlen nur noch die spielenden Kinder. Oh, einen Augenblick. Der läuft jetzt bei jedem Mist runter, oder was? Er hat uns durchschaut. Wie sind die fehlenden Kinder aufgefallen? Orum Deos Satinath. Murmelschnurmel. Schnappel die Bauts. Also manchmal machst du mir richtig Angst. Oh Herr, da bin's denn nicht. Da bin ich wieder. Kann ich noch etwas für Sie tun? Ja, okay. Was hat es mit diesen Glückskeksen auf sich? Da bin ich mir auch nicht ganz sicher. Kein Problem. Das Okra fragt nach den Glückskeksen, oh Herr. Meliur Pansu Zex. Adinomur Orbitatuna. Laparidovs Dumentur. Hehehe, schlecht ist die Sterblichen. Genau. Wow. So, und schon wieder zurück. Es handelt sich um eine kleine Aufmerksamkeit unseres Hauses. Wenn Sie Glück haben, gewinnen Sie sogar eine Probe-Mitgliedschaft im Schnabeltier-Club. Hurra! Größter Wunsch. Größter Wunsch. Ich hätte gerne einen Tisch für zwei Personen reserviert. Für zwei? Einen Moment. Ich glaube, wir haben ein zweites Opfer. Wie soll ich vorgehen? Hätte ich auch jetzt gedacht. Genau, meine Worte. Hier ist der Kunde wirklich noch König. Wir können leider für heute keine Reservierungen mehr annehmen. Der einzige freie Tisch ist für Stammkunden reserviert. Gibt's denn gar nichts außer Schnabeltieren auf Ihrer Abendkarte? Da muss ich kurz nachsehen. Warten Sie bitte einen Augenblick, ja? Wie oft er die Treppen runterläuft. Nach der Abendkarte. Was sage ich Ihnen denn jetzt? Boresoninen. Holidur. Olox. Verrito. Verstehe. Nein, es tut mir leid. Solange wir noch einen gesicherten Nachschub haben, werden alle unsere Speisen aus Schnabeltieren hergestellt. Okay. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. So, dann untersuchen wir den auch mal. Noch mehr Potenzial für noch mehr dramatische Wendungen. Die größten Fische fängt man mit Geduld. Verdammt. Schon wieder eine Niete. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Ja. Wer braucht eine Probemitgliedschaft im Schnabeltierclub, wenn er Gesundheit und Freunde hat. Verdammt. Schon wieder eine Niete. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Kommt sofort. Schade. Ich hätte gern das Ritze noch mal gemacht. Weil ich glaube, man kriegt es auch hin, dass man die zwei Glückskekse kriegt. Aber gut. Das Glück ist mit den Anglern. Verdammt. Schon wieder eine Niete. Kann ja nicht sein. Hilfe. Ich bin in die Glückskeksmaschine gefallen. Verdammt. Schon wieder eine Niete. Ja. Also, ne. So geht das aber nicht. Ich hätte gern dasselbe wie eben. Einmal wie immer. Oh. Und wieso kriegen. Oder ob wir irgendwas anderes für diesen Glückskeks müssen machen. Bring den Glückskeks zum Angler, du Trottel. Verdammt. Schon wieder eine Niete. Okay. Ich glaube, ich habe jetzt den Weg mit dem Lattenzaun verstanden. Trotzdem will ich mal da hoch. Ja, okay. Hier kann ich die Kurbel sicher reintun. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlt etwas. Aber was? Kann die schon mal reintun, aber... Eine Kurbel. Bei dieser Kurbelrolle ohne Kurbel fehlte eine Kurbel. Rufus, du bist ein Genie. Aber er wird noch nicht das einnehmen, ne? Ich rühre grundsätzlich nichts an, was jemand Fremdes bereits im Hintern hatte. Oh. Oh, wir sind schon ein bisschen über der Zeit, aber ist okay. Ich habe mich hier sehr streng fast immer jetzt an die Zeit gehalten. Deswegen ist das jetzt auch nicht so schlimm. So. Ich bedanke mich dann wieder fürs Zusehen und bis zum nächsten Mal bei Deponia. Tschüss! Mann, es ging um Deponia. Setz auf Opferung und Blatt. Wählst du mich rollen, ey, hier nochmal von vorn. Russa noch einmal von vorn. Nur die besten Legenden starten mit brennenden, durchtrennten Notbotwänden. Was in der Tat? Coles Implantat fast zerstört und ihr die Heimkehr verwehrt hat, aber auch Voraussetzung war. Für das Bevorstehende, wenn man ehrlich das Ende des ersten Teils hatte eh niemandem gefallen. Und so gibt es als konsequentes letzten Ends noch ne weitere Chance auf Happy Ends. So richtig mit Dancen und Saufen und allem. Russa mit Saufen und allem. Oh grausames Karma, so nah am Ziel war Madame wiedermals zweifelnd zum Opfer gefallen. Und sie ließ Rufus mit Frust und zwei Drittel ihres Bewusstseins alleine und suchte nach seinem Rivalen. Aber wenn ihr jetzt echt glaubt, dass das Rufus schwächt, ja dann gönnt ihr ihn schlecht. Denn ein echter Hero kommt jetzt dann akkurat in Farb mit einem Armageddon da. Schon allein wegen Walmus, ja und so. Russa, Walmus, ja und so. Torpedo-Delfinen, zum Dank war es ihnen gelungen. Sie brachten das Tauchboot zum Stehen. Du fragst dich bestimmt, Wirt, wo all das noch hinführt. Zeichen geklärt, na du wirst es bald sehen. Wie zweifelsfrei angestrebt, bis zum Sprengtor mitgeschleppt. Machte sich Rufus für den Showdown bereit. Das Ende stand kurz bevor, und wenn nicht, nein, dann mach der Chor. Es klingt gern unbezahlt, Wochenendarbeit. Russa, Wochenendarbeit. Argos Plan zur Nichte und Schluss der Geschichte. Ich hoffe, sie hat dir ein bisschen gefallen. Und würd dich bewegen, den Stolz abzulegen. Abzuwägen zwischen Egoismen und Idealen. In brenzliger Lage geht es um Courage. Und um Schnabeltiere und um die Zugehörigkeit zu opponieren. In Untergrundorganisationen, aber es ist egal. Lass die Körper stehen, jetzt ist sie zu spät zu gehen. Nur auft uns sowieso, ey, wo soll ich denn wohnen? Großer, wie wär's mit Heilbrom!